So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum elften und abschließenden Kampf des heutigen Kampfabends. Eine weitere Weltmeisterschaft in der Version der WKN Pro Amateure. Es geht zwischen Lino DiAngelo und Erwin Rezali ans Eingemachte. Wir sind gespannt. Wir gehen mit dem Walking des Campers aus Belgien. Heute Abend hier bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Applaus für einen ganz, ganz weiten Anmarschweg. Applaus für Lino DiAngelo. Meine Damen und Herren aus Berlin, Lino DiAngelo. Meine Damen und Herren aus der Hauptstadt aus Golden Glory, Lines Einverkur, ein ganz, ganz großes Willkommen hier von Ihnen. Einen monstermäßigen Einwachsenapplaus für den Heimkämpfer. Hier ist Berlin. Hier ist Omid Özerin. Er ist 19 Jahre jung, 62 Kinos und Schwester im Stattung stehen, 20 Kämpfe, 17 davon konnte er gewöhnen, 5 nur Stattung. Er ist 18 Jahre jung und 19 Kämpfe stehen in seinem Stattung. Er ist 18 Jahre jung und 19 Kämpfe stehen in seinem Stattung. Er ist 20 Jahre jung, welche Vielen Dank. 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 ... 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